Ich suche eine Plasma-Bolzen, das hört sich ja auch mega mies, aber irgendwie cool an. Das sollten wir vielleicht bei dem Sniper in die Fertigung mit reinnehmen, finde ich. Ich denke, für einen Sniper ist das eine richtig gute Eigenschaft. Das ist es halt, du kannst es hier craften und kannst dann deine eigene Rüstung und deine persönliche Waffe halt kriegen. Klar, jetzt nicht so, dass du da hängst, wie zum Beispiel bei Ghost Recon Future Soldier war das, glaube ich, damals. Wo du dann wirklich die Waffe in jedem kleinsten Einzelteil halt so für sich konzipieren kannst. Das nicht, aber es geht schon. Gegen allen Schaden, okay. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass man dann noch mehr Schaden anrichtet, aber ich weiß nicht. Also ich nehme es mal, weil wir haben Punkte übrig. Warum nicht? Und was war das jetzt hier? Also das ist jetzt das, ne, das ist, äh, finde ich nicht so gut. Das waren hier Querschläger, finde ich doof. Ne, das finde ich nicht, das, äh. Und hier haben wir auch. Achso, ne, hier kann ich gar nicht mehr. Aber wir gucken mal, vielleicht gibt es hier bei denen, bei denen hier eine Pistole, die mir gefällt. So. Ne, da gibt es gar nichts in der Richtung. Gut. Das haben wir, da gehen wir mal in die Entwicklung, mal schauen, ob wir überhaupt uns was leisten können, ob wir überhaupt was, äh, abbauen können, ne. Äh, rup, 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 rup. Gucken wir mal. Aha. Äh, wir machen immer mal den Vergleich an, ne. Das wäre jetzt dieses andere, die fand ich nicht so gut. Ich glaube, die hatte selben Schuss, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, sehen wir das hier irgendwo? Ähm, automatisches Feuer. Da steht es, ne, die fehlende Option für automatisches Feuer wurde von Anfang an als Vorteil beworben. Ah, toll. Naja. Also, ich bin nicht unbedingt abgeneigt, ne, von selben Feuer. Aber ich finde es eigentlich schöner, wenn ich die Wahl habe. So. Das wäre jetzt halt das, was wir auswählen können. Wir gucken mal rum. Das wäre die Sweeper, die normale. Ach, hier haben wir die schon. Achso, das ist die erste. Äh, aber ich nehme lieber, ach, da fehlt mir was. Während ich des bauen kann. Hm. Na gut, hier fehlt mir nur 110, nur 110 Magnesium. Hm, gucken wir mal bei Pistolen. Oder bei dem Swiper, Sniper, Swiper, Sniper. So. Was ist das denn schönes? Hm, aber natürlich vom Schaden her kommt es nicht ran. Aber hier fehlt auch wieder Magnesium. Ach, Mist. Oh, das ist natürlich gar nicht so verkehrt, ne. 243. Also 308 insgesamt. Und hier. Hm. Sollten wir vielleicht nehmen. Machen wir mal. Bauen wir mal. So, hier können wir dann diese Slots auswählen, was ich meinte, ne. Kampf-Aufladetempo. Ähm, das macht eher bei den Energiewaffen Sinn, ne. Also finde ich jetzt. So, Waffenschaden, ne. Nicht unbedingt. Noch ein Mod-Platz. Das wäre dann für später, dass man halt noch eine Mod zusätzlich dran setzen kann. Äh, Kraftstärke. Hiss und Ruhe. Nein. Nein. Na, wir könnten das jetzt wirklich machen, ne. Machen wir mal das rein. Und dann gucken. Äh, Tech-Kräfte-Schaden. Ne, hier war doch irgendwas hier oben, ne. Äh, Waffenschaden, genau. Waffenschaden noch mit rein. Also einfach, dass das Ding, wir sehen, das hier ist noch nicht. Da oben ist 308. Immer noch. Ähm, jetzt gehen wir auf Herstellen. Gucken gleich mal. Äh, wir können das noch umbenennen. Und sagen, wir... So, einfach wie immer. Irgendwas mit Org oder so. Das passt, Mann. Äh, das passt. So, wunderbar. Uh. Erste eigene Waffe gemacht. Genau. Ähm. Geht vielleicht noch eine Pistel. Die wären mir jetzt am liebsten. Oh, die geht sogar wirklich. Okay. 244. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas haben, was stärker ist. Nö, aktuell nicht. Dann würde ich sagen, nehmen wir die. Ja. 20% mehr Schaden. Das heißt, wie oft hast du das, ne? Tech-Kräfte. Tech-Kräfte-Schaden. Hm. Dann nehme ich das mit dem Mod-Platz und dann mache ich das hier mit, ähm... Aufladetempo. Ja, es könnte eigentlich sein, dass unsere... Nee, ich glaube, das meint das Aufladetempo von unseren Kräften, ne? Wir probieren das mal. Ich werde das einfach mal auswählen. Wir lassen das mal auswählen von der Bezeichnung her so, ja. So, wunderbar, schnaft. So, mal gucken, wir können ja noch ein paar Rüstungen und sowas herstellen. Schauen wir nochmal, die Helios geht leider nicht. Ähm... Dies geht, die Pathfinder. Ist das denn besser als das, was ich hab? Naja, ist die Sache... Was wir jetzt aktuell haben, hat ja die EP. Das ist ein Bonus-EP, ne? Dass wir halt entsprechend was bekommen, was ich ganz vorteilhaft finde. Ähm... Was geht denn hier? Hier geht gar nichts. Okay. Hier geht auch nichts. Und hier auch nicht. Okay. Achso, was haben wir denn hier noch? Uh, guck mal hier. Hier könnten wir noch was entwickeln. Ach, stimmt. Wir haben den Bauplan ja gekauft. Jetzt müssten wir das praktisch auch bauen. Aber wir sehen, egal was wir machen, wir haben halt nicht genug. Bei Waffen. Ja, Sniper hat man. Ich werde das nur einmal durchklicken, dass er mir nicht anzeigt, dass ich noch irgendwas neu habe. Na gut, man könnte natürlich... Ist das so ein dämlichst, ein Universalverstärker. Warum sollte ich den machen? Ähm... Ja, also ich denke, das sollte reichen. Gut, das haben wir. Was haben wir denn hier? Können wir in ein Quartier oder sowas. Aber da kommen wir anscheinend nicht rein. Ist doch doof, ne? Ein bisschen. Ein bisschen dolle. So, wir sollen zusammen... Aber das machen wir jetzt noch nicht. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen um hier, ne? Was hier so los ist. Ja, ja, chill einfach. Chill einfach dein Leben, Mann. So. Was geht hier ab? Du dum, du dum, du dum, du dum, du dum. Ich bin mal gespannt. Wenn man sich, wie ich das bei mir gemacht habe, dafür entscheidet, dass es ein Forschungsaußenposten ist und kein Militärstützpunkt ist, wie wir das jetzt gemacht haben, dann kriegt man hier Stress mit Leuten, die vom Militär sind. Ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt hier gehandhabt wird. Das geht nicht. Dann geht das wahrscheinlich auch alles nicht. Also ich tue jetzt einfach so, als ob das nicht geht. Ich glaube es zumindest. Ne, hinten ist auch nichts. Ein Bereich, in dem es noch nichts zu tun gibt. Aber es heißt nicht, dass es dauerhaft so bleibt. Ich weiß gar nicht, gab es hier irgendwas? Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich bin aber auch noch nicht so weit. Also privat auch nicht. Einfach zu wenig Zeit. Ja, ja. Er ist nur am rummeckern, ne? Nur am rummeckern. Die ganze Zeit. So, gucken. Oh, versammeln sich schon welche? Stress machen, ne? War hier nicht irgendwas? Ach, hier ist die KI. Ich glaube, hier ist sonst nichts weiter. Kontakt mit Nachfahren. Ja, ist die Sache, ne? Wenn du Kinder zurückgelassen hast, sind die schon lange tot. Und dafür hast du dann Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel praktisch jetzt. Nach dieser Spacken. Oh, ich hasse ihn. Ich muss genau in dem Moment, in dem ich das richtige Luftgemisch gefunden habe, wieder irgendein Idiot hier rein spazieren. Sind Sie nicht der Pathfinder? Dr. Camden. Leiter der Hydrokulturforschung. Geben Sie auf die Setzlinge Acht. Sind sie immer so unhöflich zu den Leuten, die hier reinkommen? Nur wenn ein einziger Fehler jeden auf der Nexus das Leben kosten könnte. Das ist dramatisch, oder? Die Hydrokulturen versorgen uns mit Luft, Essen und Wasser. Es sind der zarte grüne Streifen zwischen uns und dem Vergessen. Tja, super. Über Meuterei hätten wir das alles beinahe verloren. Übel, oder? Ich bin nicht dafür verantwortlich. Wenn sie die Leute netter begrüßen würden, hätten sie bestimmt mehr Helfer, um alles am Laufen zu halten. Wie schachsinnig. Falls es ihnen nichts ausmacht, könnte ich ja vielleicht bei ihnen damit anfangen. Ich brauche Proben der Pflanzenwelt in der Dorn. Okay. Unsere eigenen Exemplare sollten sich an sie anpassen können. Bringen sie mir jegliche Pflanzen, die sie finden. Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich? Verhalten sie eine Belohnung. Dann wieder die eigenen Pflanzen da hinzubringen, wo schon irgendwie andere Pflanzen existieren? Ich weiß nicht. Ich finde sowas immer nicht gut. So. Die Vortex. Oder das Vortex? Ich weiß es gar nicht mehr. Ein neuer Ort. Der geht ab mit der Mucke. Das ist jetzt das neue Tanzen. Wenn ich überlege, beim zweiten Teil, wie krass das Tanzen war, steht man hier einfach nur so rum. Na du. Lame, Leute. Voll lame. Nix geht hier ab. Diese Flagge gehört Ihnen allen. Hey, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht helfen würden. Hm, wobei denn? Hm, klar. Also, die Leute helfen zwar mit, aber wir haben nur einen begrenzten Vorrat an Zutaten. Mhm, okay. Halten Sie Ausschau nach allem, was wir irgendwie für neue Drinks benutzen könnten. Und dafür dürfen Sie sie dann umsonst probieren. Naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist manchmal. Die Verwichtigung wird bestimmt sehr interessant. Ja, das glaube ich auch. Keine Sorge. Dutch meckert zwar viel, aber er macht das mit Herzblut. Und er ist der letzte Chemiker, den ich kenne. Sie sind in guten Händen. Wenn du das sagst. Oh, guck mal, wer hier ist. Liam. Die Lage bessert sich Pathfinder. Die Ressourcen kommen rein. Die Schläfer sind bereit. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann. Langsam fühlt es sich an wie die Initiative. So muss es sein. Ganz das, was uns versprochen wurde. Ja. Ein gutes Gefühl, finden Sie nicht? Machen wir mal das. Wir hätten es fast nicht geschafft. Ich bin erleichtert. Aber gutes Gefühl, würde ich nicht sagen. Noch nicht ganz, ne? Ja, das schwingt natürlich mit. Es hätte richtig übel ausgehen können. Ich glaube, er ist ein bisschen übereuphorisch die ganze Zeit. Also dieses so, ach na ja, nicht so schlimm, wir sind ja nicht gestorben. Und er nimmt alles ein bisschen zu locker, finde ich. Wir schaffen das. Er sollte ein bisschen, also das heißt nicht, dass man so ernst sein muss, ne? Aber er sollte vielleicht ein bisschen realistischer manchmal sein. Also klar kann man, ich denke, wenn man nicht zu verbissen und verkrampft an so eine Sache rangeht, ist das auch nicht verkehrt, weil ansonsten kriegt man nur Depressionen irgendwann, ja? Weil man dann feststellt, oh, es klappt dann doch alles gar nicht. Und halt, ich muss noch wohin. Halt, ich muss scannen hier. Fieser Typ, Fieser Typ, Fieser Typ, Fieser Typ, Fieser Typ, Fieser Typ. So. Wir haben mal hier rein, das ist dieses, ähm, Ding, dieses Museum. Und hier ist dann entsprechend so ein bisschen dieser Anfang, da kann man sich dann hinstellen, die kriegt uns ein bisschen was erzählt, warum, wieso, weshalb, die Initiative hier unterwegs war. Hier kannst du dich dann zutüten lassen, na, von den ganzen Krams. Ähm, ja, das sind hier die Archen übrigens, ne? Also, ähm, warum jetzt hier bei dem Turianer, die noch nicht angezeigt wurden, bei den Menschen, weiß ich noch gar nicht. Hier oben bei den Koganern, ist das nicht dein, ach, das ist die Citadel, okay, aber eigentlich sollten doch die Archen da entsprechend zu sehen sein. Genau, das ist die Arche, ach, das ist unsere Arche, okay, da ist sie. Okay, und das ist dann der erste Außenposten. So, halt, 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 du hast eine Quest für mich, das weiß ich. Ja, wenn du aus dem Bild latschst, ist das voll Kacke. Ich gucke mich jetzt einfach selbst an, ich sehe sowieso viel besser aus. so, ne, machen wir. Was ist das hier? Das Kulturzentrum ist ein Ort, an dem uns neue Völker, denen wir begegnen, besuchen können. Toll. Sie können hier mehr über die Spezies der Milchstraße lernen, während wir gleichzeitig ein Klima der Kooperation und des Verständnisses fördern. Das hat vorher schon nicht funktioniert, warum sollte es jetzt funktionieren? nicht dauert nicht mehr lange, bis wir unsere ersten Besucher begrüßen können. Ach. So. Gab es denn hier irgendeine Aufgabe? Ich dachte schon. In der Milchstraße war ich Soziologin. Man konnte zwar viele Kulturen studieren, aber die Bücher über sie waren alle schon geschrieben.